Test. Test. Ja also läuft doch wieder. Let's Play Postal 2. Wir sind wieder dabei. Ich für einen Missionaru LPS. Ja. Und wir sind hier grad aus der brennenden Bibliothek raus. Und schauen wir mal was wir als nächstes machen müssen. So wie geht's so? Gary Tolman. Okay. Ähm. Dort lang würde ich mal sagen oder? Ja. Okay. Und dann wollen wir dann da nach oben. Gut. Das läuft doch nicht schon mal ganz schön. Das ist doch gar nicht ganz schön. Okay. Was für ein Kaffeein hier ist. Ähm. Okay. Moment. Na mal. Okay. Das heißt mal eine Ladestation. Der Laden der ausgehockt wurde. Naja. Okay. Hll! Look out! Okay. Na dann äh. Geh mal in die Ladestation. Los geht's. Ladermal. Los. Okay. So der schöne Ladermal. So. So, meine Güte, das gibt's ja echt nicht. Hey, 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 hey. Okay, hey, wir sind wieder da. Was ist denn jetzt los? Corporate Center. Cool. Oh, das ist der da. Ach, das ist scary. Ach, das soll ge... Ach, so... Okay, jetzt hab ich's verstanden. Nein, nochmal. Ne. Hä? Ähm. Okay. Jetzt kann ich da so wahrscheinlich noch nicht hinsetzen. Ich muss ganz außen rum. Hab ich das richtig verstanden? Nee, ich bin hier schon in der Mord. Okay. Oder? Nee, hier Schluss. Okay, dann muss ich immer außen rum. Macht ja nix. Kann ich da vielleicht... Nein. Okay. Wieso liegt hier Öl rum? Ja, Gas eben. Gasoline. Obwohl, das ist ja egal. Ähm. Vielleicht da nicht vielleicht irgendwie... Ach. Also laufen wir mal. Äh. Ja. Wohin eigentlich? Da geht er jetzt um RWS, oder? Eigentlich muss ich jetzt nicht so gerade auslaufen. Aber... Ah. Kann ich runter? Nee, da komm ich noch nicht hin. Äh. Hä? Okay. Welchen Weg muss ich dann gehen? Ach. Ich dachte, das ist nur das RWS und mehr gibt es da nicht. Aber anscheinend muss es da ja wohl mehr geben. Komm schon. Gut. Nein! Gut schon. Okay, gut. Running with us. Okay. Hier gibt es doch gar nicht mehr. Äh. Ich verstehe gerade irgendwie nicht, welchen Weg ich hier gehen soll. Okay. Ähm. Wir... Hä? Äh. Äh. Ich muss mir den Weg... Ach, wo ist denn der? Dann... Dann muss ich mich jetzt umdrehen, oder? Ich muss mich... Ah, dann gibt es da einen Hinterausgang. Okay. Oh. Hallo. Hallo. Hey, watch it! Ja, hey, watch it! Okay. Ich bin da noch in secret, ne? Oh, was? Oh, je. Hä? Einfach nicht verschwunden. Oh. Okay. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl... ...dass ich in einen Hinterhalt gerate. Ach, ich dachte schon, jetzt gibt es hier einen Ausgang. Dann wäre hier wieder total falsch. Liegt da noch irgendwas... ...drin vielleicht? Nee, okay. Geh mal raus. Gut, wo lang müssen wir jetzt? Ah, okay, da jetzt noch mal links. Ah, da ist schon die nächste Ladestation. Danach kommt nochmal eine. Okay. Dann laden wir mal die nächste Ladestation. Oh, ich muss mal so... ...und so gar nicht ganz schön hier. Wie so sag ich das eigentlich immer? Keine Ahnung. No, gut. Wow. Sieh irgendwie schon komplett anders. Es ist vollfarbig, irgendwie. Ähm. Ah, ich bin schon okay. Okay. Das heißt, ich bin eigentlich schon da. Ah, das ist die Mall. Die Mall? Ich muss auch schnell den Eingang suchen. Hä? Da hinten irgendwo, oder? Ha. So liegen die Pistolen rum. Ah, das ist ja wirklich richtig. Okay. Das sieht gerade irgendwie sehr komisch aus. Aber noch gut. Ah, das ist ja auch richtig. Paradise Mall. Nein. Nicht dort lang, sondern... Ach, Mist. Okay. Wie ist das hier in der Ladezone? Mal im Ernst. Ich meine, was... Ich so, wieso muss ich hier bitte schon... ...geladen werden. Eieieiei. Wie sind hier keine Menschen? Fuck! Verdammt. Das war eigentlich gerade... Ähm, hier, wie heißen sie jetzt mal? Hier, äh... Protestanten. Ich muss mal schnell raus. Ich verstehe mich hier. Ja, super toll. Animation. Ich brauche definitiv noch mehr davon. Ich brauche definitiv noch mehr davon. Ich brauche sie ja nicht gleich zu essen da. Ah, wir brauchen was. Wir brauchen was. Da war's schon wieder. Ach, Mann. Hallo. Ist das alles? Ist das alles? Ich hab ne Waffe gekauft? Hey! Hi there! Ist das alles? Hallo! Ist das alles? Ja! Okay, gut. Danke! Da geh ich nicht rein. Kriege ich einen Anschuss? Nee! Hey! Was für ein Klischee, echt! Was ist hier denn drin? Ach, keine Ahnung. Ist mir doch egal. Ich werd Gary Cornyn finden! Wo laug ich eigentlich lang? Das wäre total falsch. So, wahrscheinlich hoch und dann... Ähm... Nein, das ist nicht richtig, oder? Halt die Fresse! Hä? Ich bin doch eigentlich fast da! Nicht da... Dann weiter links... Ah, hier! Oder? Nee. Ähm... Was? Hä? Schau! Achso! Ach, der eine will mich jetzt wieder erschießen! Ich weiß nicht! Ich versteh grad nicht, wo... Gary Coleman sein soll! Ach, hier! Na, man sieht schon die ganze Zeit! Ah! Ja, sag doch mal, hier! Hier! Hey, was? Was ist denn? Was ist denn? Hey! Wieso krieg's... Wie komm ich da runter? Warte, da hinten! Ach, du Scheiße! Hallo, Herr Coleman. Ich liebe Facts von Leben. Hast du das leckere Tuscadero gemacht? Du bist noch hier? Es ist für meine Mutter, ich versuche. Ja, sicher. Wenn ich dich auf Ebay verkaufen sehe, dann komme ich zu deinem Haus und kippe deine Hände. Das ist die Polizei. Ach du... Schreib den alten Kindlein. Wir haben eine Warnung für seine Arzt. Geh zurück zur Donut-Konvention. Ich gehe nicht mehr. Wir sind ernsthaft. Schreib Gary jetzt und niemand wird getötet. Lieutenant Grossman versucht uns zu warnen. Ich gehe nicht zur Strecke. Ach du Scheiße. Ich haue jetzt lieber ab. Ich lebe mich jetzt nicht mit der Polizei an. Ach du Scheiße. Ich gehe einfach... Alter, was? Was geht denn da ab? Ich gehe einfach weg. Einfach gehen. Ist nicht passiert. Die machen mir gar nichts. Okay. Er ist schon recht groß, muss ich mal sagen. Da runter. Und hier nach rechts. Und ich glaube da lang, oder? Ich weiß gar nicht mehr von wo ich gekommen bin. Ich gehe einfach mal hier rein. Das kann man nicht nehmen. Oh. Geh mal ab.